Hallöchen, da bin ich mal wieder. Ja, wir gucken mal wieder nach neuen CDs, weil ich hab noch ein bisschen was. So, filmen wir wieder so rum. Hier liegt noch was. Tronimal. Ja, 8-Bit-Musik. Ich hoffe, die CD ist drin. Könnte tatsächlich mal nicht drin sein. Schauen wir mal. Hier. Doch, da ist sie. Ist drin. Tronimal. 8-Bit-Musik. Musik, sehr elektronisch, technohalig, aber macht sehr, sehr gute Musik. Nur zu empfehlen. Macht er alles, die Musik macht er am Gameboy und ja, wirklich alles mit dem Gameboy eingestellt. Presse dann auf eine CD und hört sich gut an. Ist immer wieder auf der Gamescom. Wenn Gamescom ist, sind wir auch da am Tanzen, alle zu Tronimal.